Ja moin, willkommen zu Abgefahren. Wir fahren heute die Strecke von dem 17. Juni durch das Brandenburger Tor über unter den Linden bis weiter zum Alexanderplatz. Wenn ihr euch umschauen wollt, einfach mit der Maus gedrückt halten und sich drehen oder aber, wenn ihr es am Handy macht, einfach das Handy bewegen. Viel Spaß beim Entdecken! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, euch das anzugucken, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr entdeckt habt und was die anderen unbedingt auch noch finden müssen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Like und ein Abo da lasst. Bis zum nächsten Mal und allzeit gute Fahrt!